Wir haben auch Glück, dass wir heute Nikolaj Kutscher auch vor Ort haben, der den Parcours auch betreut. Grüße, Herr Kutscher. Guten Tag. Es sieht ja hier sehr abenteuerlich aus mit diesen Betonklötzen und so. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht richtig vorstellen, was wird hier gemacht. Ich höre zwar Parcours, aber ist das nicht auch sehr gefährlich? Erzählen Sie ein bisschen. Wir versuchen hauptsächlich Parcours eigentlich im öffentlichen Bereich zu betreiben. Jetzt seit Neuem haben wir halt die Parcours-Parks hier in Düsseldorf bekommen, was für uns natürlich ein riesiger Vorteil ist. Weil so müssen wir nicht mehr an irgendwelche öffentlichen Plätze gehen und werden dann nicht mehr so schnell verscheucht. Früher war es immer so, wir sind an die Tonhalle gegangen oder so, haben dann da die Mauern genutzt, die dort rumstanden und so. Und je nachdem, wie viel man da gemacht hat oder wie viele Leute von uns dort waren, kamen dann auch die Leute vom NRW-Forum raus und sagten, dass wir uns vielleicht eine andere Öffentlichkeit suchen sollten. Und dementsprechend sind diese Parcours-Parks jetzt für uns eigentlich genau richtig, weil hier können wir uns ausleben, ohne dass jemand was sagen kann. Also ich höre gerade, Sie waren wohl nicht immer sehr willkommen, ne? Nicht immer, es kommt ganz darauf an. Also wir haben jetzt nie Streitigkeiten gehabt, aber es war schon so, dass es eher weniger gewollt war, dass man an irgendwelchen öffentlichen Gebäuden trainiert. Aber im Eigentlichen gab es dann nie große Probleme. Es wurde dann gesagt, wechselt bitte die Ortschaft und dann sind wir auch schon wieder gegangen. Sind eigentlich hauptsächlich Kids vor Ort oder haben sich auch schon die ältere Generation gemeldet? Also seitdem es den Parcours-Park gibt, muss ich sagen, ist die jüngere Generation auf jeden Fall sehr viel mehr dabei, weil die Kinder sehen jetzt von alleine quasi, was möglich ist oder was man machen kann. Wenn die Kinder rausgegangen sind und die Mauern sich angeschaut haben, war das eher so, was sollen wir jetzt genau hier tun? Und die Kids nehmen wir jetzt privat auch nicht so gerne mit an öffentliche Gebäude zum Trainieren. Da ist sowas halt perfekt. Das ist ja quasi wie ein großer Spielplatz für die Kinder oder auch für uns eher gesagt ein großer Spielplatz. Und da kann man auf jeden Fall sehr viel mehr machen. Wenn die Kids so am Nachmittag kommen, wie lange dauert das ungefähr? Kann man das mit einem Training vergleichen? Auf jeden Fall kann man das mit einem Training vergleichen. Also wie Sie jetzt sehen, die Kinder sind ja auch jetzt gerade hier. Das kommt halt sehr gut an hier in Garad, dieser Park. Meistens so um die zwei Stunden, weil alles drüber halt auch schon sehr anstrengend wird. Dazu gehört dann aber auch ein gutes Aufwärmen und ein gutes Dehnen am Ende, damit es halt am nächsten Tag nicht so unangenehm für die Muskeln wird. Also das machen Sie mit den Kindern auch zusammen? Also die lernen es eigentlich dann von Anfang an, wie man sich selbst behandelt, kann ich so sagen. Genau, wir machen bei den Basics an. Das ist dann die Rolle und die Landung, damit es halt wirklich auch vorsichtig vonstatten geht. Und dann steigern wir uns mit den Überwindungen über die Mauer, tasten uns an die Stangen ran, die wir haben oder auf eine höhere Mauer zuzulaufen mal. Da kann man auf jeden Fall sehr gut sich steigern, ohne dass es Gefahrenvollzug ist. Das klingt ja sehr, sehr spannend und aufregend. Sie haben uns ja versprochen, dass Sie uns auch etwas zeigen. Würden Sie das tun? Okay. Ich danke Ihnen erstmal für das Gespräch. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank.